Drei Arten von Brawl Stars Spielern Der Auto-Aimer So, let's go, direkt haben wir mal auf jeden Fall der erste Gegner, würde ich sagen, der Auto-Aimer direkt drauf, let's go Und die erste Box Oh, ich kann da gar nichts machen, oh mein Gott Okay, da ist jetzt eine Beam, die versuchen wir uns zu holen, komm Oh, oh, ja, nein, nicht die Box angreifen, oh mein Gott Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die angreifen soll, das ist so schwierig, ja, oh mein Gott, komm Oh, komm Mann, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, also irgendwie ist das mit dem einen total schwierig Der Angeber Oh mein Gott, ich hab so einen heftigen Brawl Stars Account Ich hab 22.000 Trophäen, das ist so krank wirklich Und ich heiße PookieTV, der Name allein schon ist so heftig Wir haben sogar den Goldmecha-Bow-Skin, der ist so unglaublich selten Den haben auch nur ganz, ganz wenige weltweit Und wir haben natürlich auch alle anderen Skins hier, der Nu So, let's go, erstmal hier eine Runde Brawl Stars spielen Und, oh mein Gott, wir haben den Brawl Pass freigeschaltet, richtig geil Lol, da können wir einfach Belohnungen freischalten, das ist ja, das ist ja richtig krank Ja, wir haben den Ball, oh mein Gott, let's go Ja, ich bin alleine, ich bin alleine, oh mein Gott Ja, 1 zu 1, wir haben ja Ausgleich geschossen Schon mal ganz wichtig für uns, okay, let's go